Mein Name ist Jessica. Ich bin Brandmanager im Nestle Professional Beverage Team. Ich bin jetzt seit vier Jahren bei der Nestle. Tatsächlich Stadt. Süß. Alles, alles was mit Schokolade zu tun hat. Also ich würde definitiv gerne mal an Südpol oder an Nordpol reisen. Noch besser Smartphone. Wertgelassene. Pool gibt es hier, mehr hat man nicht direkt vor der Haustür, also von daher definitiv das Meer. Italienisch. Achterbahnfahren geht, aber keins von beiden. Bietet Freiraum für eigene Ideen. Andere für etwas begeistern, mich selbst für etwas begeistern, da würde ich auch ein Stück weit Kind geblieben. Mein Mann würde sagen chaotisch, aber ich würde von mir behaupten, dass ich ordentlich bin. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar, man sieht nur mit dem Herzen. Vom Kleintrinken, genau. Vom Kleintrinken, genau. Vom Kleintrinken, genau. Vom Kleintrinken. Vom Kleintrinken. Vom Kleintrinken. Vom Kleintrinken. Vom Kleintrinken. Vom Kleintrinken.